Hallo, ich bin Sabine. Ich möchte gerne über meine Instant-Change-Methode berichten, die ich bei der Malis Übersachs hatte. Sehr spannend. Es sind drei Behandlungen, die du hast. Bei mir ging es um ein berufliches Thema, das mich beschäftigt hatte, wo mir die Neue hergeschaut hat, was dahinter steht, was Thema sein könnte und wie sich das auch lösen kann. Ich möchte einfach berichten, wie sich das angefühlt hat auf der feinstofflichen Ebene. Ja, man ist irgendwie mit einem schweren Thema reingegangen und nach diesen drei Behandlungen hat es energetisch, mit deinem System macht es sehr viel. Du kannst es irgendwie gar nicht greifen, was da alles vor sich geht, eben wie es auf der feinstofflichen Ebene passiert. Aber danach fühlst du dich einfach sehr entspannt, sehr frei, sehr selbstbewusst auch, sehr aufgeladen, sehr sicher. Ja, also ich kann nur Positives sagen. Ja, und ich kann das jedem empfehlen, auch einmal zu machen, wenn man ein Thema hat, das einen länger schon begleitet oder akut begleitet. Ja, genau. 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 Ja, genau.